So, Startrennen 2, Startfahrer Faust, Startposition 8, Kart Nummer 7, Reihe 4, linke Fahrbahnseite. Die Hinternkarten laufen ein, Ampel immer noch rot. Bernie fährt durchs Grid mit seinem Rad, fährt weg in die Box. Wir achten auf die Nummer 7 in Reihe 4. Die Spannung steigt, es wird immer heißer im Kart. Los geht's. Arwen kommt nicht gut weg. Er hält die Position noch. Er kommt von hinten. Er hat einen Überschuss. Oh Marvin, zusammenreißen, keinen Fehler machen. Position 12 hat 4 Plätze verloren am Start. Aber nicht drehen. Oh, 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 Marvin. Ja, gut. Na ja, gut war es nicht. Er ist durchgekommen. Position. Ab, 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 ab. Bist du sicher? Ist er nicht hier hinten erst? Nein, er ist 10, der sich immer umschaut. Achtung, jetzt wird er gleich attackiert. Macht die Tür zu. Neunter. Innen rein Marvin, innen rein. Ja, 10, ganz klar 10. Jetzt ist er 12. Verworen, verworen. Weit hegen Junge, komm. Jetzt innen durch da. Bleib drauf. Ja. Ja, gut fahren, sauber. Jetzt innen rein. Ja, da fährt er mal zu weit den Bogen. Ja. Ah. Ja, okay, Elfter. Aber nach vorne geht die Lücke leider schon wieder auf. Der Zug nach vorne ist abgefahren. Ja. Sie führen dann der Sieger da raus, Red Bull. Elf. Also ein Elf. Minus zwei. Und Start weg. Jetzt schau, dass er wieder nach vorne rankommt. Es ist nicht so viel nach hinten gucken. Rea hinter ihm, reine Gefahr. Ja. Jetzt heißt es, jetzt müssen wir auf die Runden gucken. Ja. Ja.